Vom Ton A eine große Sekunde abwärts singen, wie zum Beispiel bei den ersten beiden Tönen von Teure Heimat Dann die Ansinkformel und so weiter G-Dur Teure Ge-Ha-Di-Ha-Gi-Di-Gi Ge-Ha-Di-Gi-Ha-Gi-Di-Gi Ge-Ha-Di-Gi-Ha-Gi-Di-Gi Von der Stimmgabel wird der Ton A 440 Hz abgenommen Von diesem Ton wird über ein Intervall der Grundton der entsprechenden Tonart gesucht Danach wird von diesem Grundton aus leise eine Ansinkformel gesungen Dann lassen sich die Anfangstöne für die einzelnen Stimmen leicht finden Und an der Stimmgabel wird der Tonn vonط leisek Vielen Dank.